Musik Tja, auch ich bin in irgendeiner Form, Art und Weise diesen Hype verfallen, möchte ich mal sagen. Ich bin diesem Buzzword, Hyperword, Docker mal etwas näher getreten. Lange nicht so, dass ich das jetzt vollständig in irgendeiner Form, Art und Weise aus dem FF beherrschung. Um Gottes Willen, natürlich nicht. Aber mich hat es einfach mal interessiert. Und wenn ich hier schon Windows 11 habe, dann macht es für mich auch Sinn, unter Windows 11 mal das aufzusetzen. Das heißt, in diesem Falle Docker aufzusetzen, die wir hier sehen, habe ich das Windows Subsystem, Windows Subsystem für Linux installiert. Momentan schon die Version 2.0 mit allen Updates, die hier so zugeschlagen. Habe zusätzlich Ubuntu installiert. Das funktioniert doch super. Weil es ist nur eines Command Line Ubuntu. Wir wissen alle, ihr wisst alle, KDE ist eigentlich meine Welt. Und dieses Ubuntu hier ist eine reine Command Line Implementierung. Und da hinein Docker quasi eingebaut. Natürlich jetzt nicht so in einem großen Umfeld. Ich mache mal hier meine PowerShell auf. Und wenn ich hier mein Subsystem für Linux öffne, da bin ich halt im entsprechenden Umfeld von Ubuntu. Und das habe ich gerade upgedatet mit sudo getupdate. Und das müsste aber schon durch sein. Und auch upgedatet, also nach Updates gesucht und dann auch upgedatet. Das ist aber so eine tägliche Geschichte. Also sollte man wie alles andere mal so langsam drüber nachdenken, auch ich in meinem Umfeld doch mal sehr viel mehr vollständig zu automatisieren. Man zuckt ja immer wieder zurück und sagt, ich brauche, das kann doch nicht sein. Aber es ist so. Und natürlich unterstützt auch mein Terminal, mein Ubuntu. Man muss ja nicht die PowerShell nehmen. Man kann ja auch das Terminal nehmen, was jetzt auf dem verkehrten Fenster aufgegangen ist und ich das nicht verschieben kann. Was ich momentan schon seit einiger Zeit sehr stark mit Probleme empfinde. Da muss ich mich echt mal drum hören. So, da ist mein Docker. Das kann ich sogar updaten. Es gibt ein neues Update. Auf 461451 habe ich. Also dann downloaden wir mal. Das ist ein Software Update von Docker. Das hier ist die Docker Desktop Variante. Dahinter ist nur ein entsprechendes Docker Image installiert. Ein Image ist quasi die Fassung von Programmen. Inklusive, wie man es denn braucht, Betriebssystem. Als quasi Container Image. Jetzt geht das mir alles hier auf und zu, so wie es das so weit klappt. Und da habe ich nur den Docker Bereich, der gerade abgedatet wird, installiert. Also nur die Hilfe quasi vom Docker Desktop, sobald er gleich abgedatet hat. Ist also die Engine gestoppt. Und datet jetzt die Oberfläche, also quasi das gesamte Docker System ab. Wie man hier sehr deutlich sieht. Kontrolliert ist das von der Docker Foundation oder Docker Limited oder wie auch immer. Die kommen da noch gar nicht so richtig klar. Und im Hintergrund halt durch Windows gemanagt. Durch das Subsystem für Linux Version 2. Ich bin da noch wirklich nicht so tief drin. Aber um den Einstieg zu finden, hat es gelangt. Also was habe ich gemacht? Ich habe das Subsystem für Linux installiert über die Windows Features. Dann habe ich mir aus dem Store Ubuntu 2004 geladen und installiert. Und dann letztendlich Docker Desktop von der Docker Website. Und das ist der Stand. Hier natürlich habe ich die Idee, vielleicht das andere Containerwerk aus dem Umfeld hier auch zu installieren. Was mich dabei interessiert, ist einmal das Container-System an sich. Das ist ja auch nur so ein Biss. Was wir aber in der Zukunft, befürchte ich, wird das immer mehr werden. Inklusive der Idee, Container und Container-Netzwerke zu managen mit Kubernetes. Und es gibt ja verschiedene Kubernetes-Implementierungen. Jetzt komme ich tatsächlich zu der Idee. Es gibt ja von OpenSUSE das Rancher oder Rancher oder Rancher-System. Und das soll das Ganze ja tatsächlich sinnvoll unterstützt. Es ist abgedehnelt. Die VM wird neu gestartet. Alles in live. Live, also in normaler Geschwindigkeit. Und ich starte jetzt mal den Docker. Ah, macht gut aus. Die Maus ist noch ein Bisschen in Arbeit. Jetzt scheint einfach durch zu sein. Und hier ist mein Docker-Desktop. Man ist ja doch einiges gewöhnt. Und man ist verwöhnt und freut sich dann, wenn dann doch solche Dinge da sind. Das sind die Container. Und einer dieser Container ist halt das Docker-Tutorial, was hier bereitgestellt ist. Und natürlich kann ich das auch laufen lassen. New Container will ich gar nicht. Und das sind meine Images. Das ist nur das Container-Tutorial. Und hier. So, da wird es jetzt laufen. Container ist gestartet. Ich brauche das momentan nicht. So nicht zum Arbeiten. Das ist ein reines Erkenntnisumfeld, möchte ich es mal nennen. Einfach mal zu sehen, was geht, was geht nicht. Und hier lasse ich jetzt mal den Container stoppen. Und ich habe auch keine weiteren Images bereitgestellt oder gezogen. Das sind meine Volumes, die da vor einem Monat schon aktiv geworden sind. Mir ist das momentan alles noch so ein bisschen schwammig. Also noch bin ich da nicht so auf der Höhe meiner Zeit. Ich habe auch kein Docker-Login. So, ich habe mich jetzt angemeldet. Und mich würde jetzt natürlich interessieren, Völlig hilflos steht der da. Ob ich jetzt irgendwelche Repositories werde, habe ich wohl nicht. Und weiß gar nicht, wie ich mich jetzt hier verhalten soll. Hilflos. Kann ich nicht irgendeinfach ein Image laden. Kann ich sicher nicht. Aber hier im Docker Desktop stehe ich da erstmal sehr hilflos. Und in der PowerShell wahrscheinlich auch. Also hier wird wahrscheinlich nichts von Docker sein. Aber irgendwas mit WSL. Also auch nichts. Sehr hilflos stehe ich mal hier. Da muss man sich wirklich mit auseinander beschäftigen. Aber das würde gehen. Das muss man. Und wir wollen ja auch lernen. Also Installation war gar kein Problem. Konfigurationen. Und das Docker. Die Desktop Systeme installiert hat auch nicht. Und das ist hier alles gut. Last auf dem Produkt. Habe ich hier relativ wenig. Also alles im grünen Bereich. Platz genug hätte ich auch noch. Also die nächsten Punkte sind besorgte Images. Installiere die. Und schau doch mal was da so passiert. Das mal als kleine Einstehen. Also noch. Aktivierung. Windows Feature. Windows Subsystem für Linux. Docker Desktop. Mit dem Docker Desk kommt jetzt eine Image. Und dann können wir mal weiterschauen.